Ball für die Bayern, wie hatten wir das nochmal besprochen? Also, Makai, langer Ball, lang, länger, Demichelis und Karimi. 35. Spielminute, Bayern oben auf. Es war der erste Torschuss für den Iraner in der Bundesliga und gleich sein erster Treffer. Herrlich einstudiert sah das aus, aber es war ein Schienbeinschoner Tor und eine offensichtlich geplante Dreierball.